Rust ist im Hype. Die Programmiersprache ist aktuell die Most Loved auf Stack Overflow und quasi überall und wir haben gestern geklärt, warum. Aber wir haben noch nicht Rust installiert und wir haben uns auch noch natürlich nicht angeguckt, wie man damit irgendwas coden kann und damit fangen wir heute an. So, zunächst einmal, Rust macht alles ein bisschen anders, aber wir schauen uns gleich mal unsere Optionen an. Zunächst einmal, wir müssen Rust natürlich installieren und verifizieren, dass es auch läuft. Das machen wir aber nicht standardmäßig mit einer Rust-Installation, sondern mit Rust-Up. Rust-Up ist eine extra Software, die eben all das drumherum installiert und kann einfach unter Linux mit genau diesem Befehl hier ausgeführt werden. Einfach eins zu eins kopieren. Ihr findet das Ganze auf rust-up.rs bzw. auch auf der offiziellen Seite, falls ihr denkt, dass das irgendwie bösartig, kann ich komplett verstehen, dachte ich am Anfang auch. Rust-Lang.org ist die offizielle Seite von Rust. Und hier unter Install finden wir genau diesen Befehl für rust-up.rs. Fun Fact, .rs ist ja eigentlich eine Domain in diesem Fall, aber auch gleichzeitig die Dateiendung für Rust im Endeffekt. Also für Rust-Dateien, Rust-Dateien an die .rs-Dateiendung, was ich irgendwie super cool finde. Naja, anyways, für die Linux-User, also einfach bitte diesen Befehl hier komplett kopieren. Und soweit ich weiß, funktioniert das unter Mac auch. Also alle Unix-basierten Systeme. Windows, also ich auch in diesem Fall, weil ich nachher gleich wieder die Kamera brauche und die immer noch keinen Treiber hat, müssen wir hier mit der .x installieren. Das ist schon eher so dieser klassische Installationsprozess. Allerdings sehen wir hier, wir landen eigentlich in der Kommandozeile. Und es wird auch gleich Cargo mit installiert. Cargo ist quasi die Paketverwaltung, kann man so sagen. Und ja, wir wollen eigentlich bloß hier unsere ganz normale Standard-Installation haben. Also drücken wir hier 1 und dann Enter. Und müssen kurz warten, bis alles fertig installiert wird. Wir haben jetzt Clippy, wir haben die Rust-Docs. Und das sollte eigentlich auch nicht lange dauern, wenn mein Internet nicht so furchtbar wäre. Ich schneide das mal raus. So, wenn das Ganze fertig ist, sollte ungefähr sowas hier stehen. Wir sehen hier, wenn wir neu starten, also unsere Current Shell neu starten, das ist so ein Windows-eigenes Ding, dann erst werden Umgebungsvariablen, sprich auch die Rust-Installation neu geladen. Da das ja aber sowieso nur für Rust-Up ist, müssen wir sowieso das Ding hier schließen. Und dann starten wir sowieso neu. Und ich arbeite ehrlich gesagt lieber mit PowerShell als mit der normalen CMD. Deswegen nehme ich die jetzt hier mal. Und verifizieren, dass eure Installation läuft, könnt ihr mit Rust-C-Version. Und Rust-C-Version sollte zum aktuellen Zeitpunkt irgendwas über 1 ausgeben. Was genau da steht, das wird sich wahrscheinlich bei euch unterscheiden, je nachdem wann ihr das macht. Grundsätzlich bei Programmiersprachen, um das mit der Aktualität immer mal wieder zu klären, ist es so, auch bei Python gilt das, auch bei Java gilt das, die Grundlagen bleiben meistens sehr, sehr gleich, wenn wir keinen großen Versionsschritt machen. Das heißt, wenn wir hier vorne eine 2. irgendwas haben, können sich Kleinigkeiten unterscheiden. Aber die grundlegenden Dinge bleiben eigentlich gleich. Mein letztes Rust-Tutorial war allerdings aus der Beta, also mit 0.1 irgendwas, glaube ich, war das. Und das war natürlich schon sehr, sehr anders. Damals hat man noch einige Design-Entscheidungen geändert. Deswegen mache ich das Ganze hier jetzt neu. Allerdings, ihr solltet auch in späteren Versionen normalerweise in der Lage sein, hier mit zu arbeiten, beziehungsweise mit dem, was wir hier machen. Und für die Dinge, die dazukommen, das sind so Advanced-Sachen, das sind zum Beispiel neue Bibliotheken für besseres Multifreading und sowas, da werde ich dann natürlich nochmal separat Videos dazu machen. Falls irgendwas hier nicht mehr aktuell sein sollte, kriegt ihr das mit. Gut, also wenn ihr Rust-C-Version eingeben könnt, dann habt ihr hier auch eine ziemlich aktuelle Version, wobei das hier auch schon wieder mehr als ein Monat her ist bei mir. Anyways, heute ist der 6. Juli 2023, wo ich das hier aufnehme. Genau, und ja, jetzt können wir Rust programmieren, oder? Naja, wir könnten, allerdings müssten wir dann sehr, sehr viel selbst durchführen. Und das mag ich normalerweise nicht. Und deswegen benutzen wir eine Entwicklungsumgebung, eine IDE. Und hier gibt es jetzt immer mal wieder Streitpunkte. Ich, wie ihr wisst, bin großer Fan von den JetBrains-IDEs. Die sind allerdings nicht gratis für Leute, die aus dem Studium oder der Schule raus sind. Leute, die im Studium drin sind, beziehungsweise in der Schule, ich würde euch, egal ob ihr Fan davon seid oder nicht, ich würde euch dringend empfehlen, hier diese JetBrains-IDEs zu beziehen. Denn die haben ein ganz komisches Pricing-Modell. Die sind im ersten Jahr sehr teuer, im zweiten Jahr ein bisschen günstiger. Ab dem dritten Jahr sind sie, glaube ich, am günstigsten. Und ihr kriegt eben die ersten paar Jahre im Studium einfach for free und startet dann direkt mit dem günstigsten Tarif. Also dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Kleiner Tipp hier am Rande. Also CLion ist eigentlich eine Entwicklungsumgebung für C. Es gibt aber ein Plugin für Rust. Und man kann auch IntelliJ benutzen. CLion ist allerdings ein bisschen sinnvoller, finde ich. So, das Ding ist, dass CLion eine komplette Entwicklungsumgebung ist. Also eine full-fledged IDE mit auch erweiterten Features wie einem Debugger, mit einem eingebauten Terminal, mit einer Version-Control-Integration. Das heißt, ihr habt direkt Git und GitHub hier mit drin. Ihr seht nicht, wie ich mit meiner Hand fuchtel. Stellt es euch vor. So, und das Plugin ist auch sehr, sehr gut. Und man kann gleichzeitig natürlich noch C und C++ schreiben. So, jetzt haben wir hiermit aber allerdings, weil wir eben genau diese große IDE haben, natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht. Das heißt, es braucht ein bisschen mehr Ressourcen. Es braucht ein bisschen mehr von eurem Rechner. Und wenn ihr einen schwachen Rechner habt, dann würde ich euch vielleicht nicht CLion empfehlen, sondern eher eine Lightweight-Variante wie der Visual Studio Code Editor. Nicht Visual Studio, das Code hinten dran ist wichtig. Dieses Code hier, das hier, ist ein Riesenunterschied. Visual Studio Code ist im Endeffekt ein etwas mächtigerer Texteditor, wo man Plugins installieren kann. Zum Beispiel eben auch Git-Plugins. Und dann habt ihr auch Git-Support. Zum Beispiel dann eben ein Rust-Plugin, ein Debugger und so weiter und so fort. Könnt ihr alles zusätzlich reinhauen. Und dann wird das auch irgendwann eine volle IDE. Aber ihr könnt es so ein bisschen anpassen, wie ihr das Ganze braucht. Ist ein bisschen mehr Setup-Aufwand natürlich. Und ihr müsst das ganze Plugin-Ökosystem benutzen. Aber ihr kriegt damit auch sehr, 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 sehr gute Ergebnisse hin. Und ich kenne viele Leute, die mittlerweile VS Code bevorzugen gegenüber JetBrains IDEs. Hier muss man einfach weniger machen. Es ist einfach Geschmackssache und bleibt am Ende euch überlassen. Ich mache hier keine Werbung für irgendwas. Sucht euch das aus, was euch lieber ist. Übrigens, wenn ihr tatsächlich mal Interesse habt, können wir uns auch mal mit so Sachen wie JetBrains IDEs separat in der Tutorial-Reihe beschäftigen, weil da gibt es noch haufenweise Extra-Funktionen. Ich habe, wie gesagt, mal C-Line hier für euch installiert. Neu installiert vor allem. Und wir haben uns JetBrains Base oder WSL oder so was oder SSH-Verbindung noch überhaupt nicht angeguckt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal nur, welche steht schon direkt. Ich habe es vorher nicht eingegeben, ja. C-Line ist eigentlich eine C++-Installation beziehungsweise IDE. Und wir kriegen halt direkt Rust als Top. Okay, nee, nicht als Top, Markdown ist noch besser, aber sehr weit oben gerankt. So, wir installieren jetzt einfach mal ganz kurz Rust. Und dann bekommen wir hier im Endeffekt unsere Rust-Entwicklungsumgebung in C-Line eingepflegt. Ihr seht hier diesen kleinen Fortschritts-Button. Das ist direkt hier bei der ersten Seite, wenn ihr das startet. Jetzt gehen wir hier einmal auf Restart IDE, Restart Now. Und das ist auch alles, was wir hier brauchen. Alles andere ist halt schon vorinstalliert. Deswegen geht das relativ fix. So, wenn wir jetzt hier auf New Project gehen, dann können wir erstmal hier auswählen, wo wir hinwollen. Ich bevorzuge nicht den Standard-Ordner, Sekunde. Wobei, hier unten können wir erstmal rumswitchen auf Rust. Also hier oben vielleicht nicht auf C++ oder CUDA oder QT oder sowas. Sondern wir gehen hier auf Rust bei Other. Und wir wechseln hier oben einmal ganz kurz das Verzeichnis. Und für die ganz Aufmerksamen haben wir hier auch die Möglichkeit, eine Binary zu schreiben. Das ist so der Standard, wenn man selber wirklich eine ausführbare Anwendung bauen möchte. Wir können aber auch eine Library schreiben. Wir können ein prozedurales Makro schreiben. Und wir können WebAssembly Libs schreiben. Was ich definitiv noch lernen muss. Was ich aber sehr, sehr interessant finde. Okay, also wir haben das hier im Endeffekt. Wir haben auch diese Toolchain-Location theoretisch. Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob das der richtige Pfad ist, könnt ihr hier einmal ganz kurz einfach in eurem Pfad gehen, also in euer Home-Verzeichnis. Und dann bei .cargo.bin gucken, ob hier die ausführbaren Dateien drin sind. Das ist im Endeffekt eure Rust-Installation. Mehr Magie ist da nicht dahinter. Das heißt, die haben einfach in euer Home-Verzeichnis reingeschrieben, in .cargo.bin. Und dann können wir hier auf Create klicken, haben ein neues Projekt. Eine Sekunde, es startet sich. Das dauert ein bisschen. Und hier haben wir einen Open Wizard. Und all diese Tools hier sollten eigentlich auch schon vorinstalliert sein. Falls die nicht vorinstalliert wurden, müsst ihr die nachinstallieren. Aber eigentlich solltet ihr entweder bei der Installation gefragt werden, ob das alles in Ordnung ist, oder ihr solltet es automatisch mit installiert bekommen. Eins von beiden. So, das heißt, ich kann hier einfach das ganze Ding so lassen. Wir wollen das Ganze mit WinGW ausführen. Und wir... Das ist ein bisschen klein für euch, ne? Ich passe nachher die IDE noch an für den Moment. So ist besser. Okay, ich habe alles mal ein bisschen größer gemacht, damit ihr es besser lesen könnt. Das ist unsere Entwicklungsumgebung. Das ist unser Rust-Code. Hier drüben können wir Project aufklappen. Hier einmal die Source aufmachen. Und hier sehen wir die Cargo.tommel. Das ist im Endeffekt unser Packaging. Das heißt, hier sehen wir die Abhängigkeiten. Also, was quasi alles an Bibliotheken verwendet wurde. Wo wir in welchem Ordner drin sind. Das ist bei mir SRC, weil ich einfach meinen Source-Code von meinen Tutorials ganz gerne in den SRC-Ordner packe. Und ja, ich weiß, dass dann unten drunter nochmal ein weiterer SRC-Ordner kommt. Da ist dann tatsächlich eure Main.Rust-Datei drin. Wenn ihr jetzt unter Windows unterwegs seid, dann gibt es oftmals eine Problematik, die ich euch noch kurz zeigen möchte. Nämlich, dass ihr hier Main einfach nur seht. Ohne Punkt RS. Das hier einfach nur steht.Rust-Quell-Datei. Ihr findet hier unter Ansicht, Optionen, Ansicht und dann Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden. Hier könnt ihr den Haken reinmachen, dann verschwindet die Endung .rs, weil die ist bekannt. Aber ihr könnt auch den Haken rausmachen, bei Erweiterung ausblenden. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt und ein bisschen doof. Ähm, hallo? Übernimmt das bitte? Nein? Okay, cool, dann nicht. So, wir haben jetzt hier innen drin einmal mehrere wichtige Dateien und Ordnerstrukturen. Also, ich habe hier einmal kurz aufgeklappt, wie gesagt, und hier drin finden wir diese Ordner im Source-Ordner. Also, das ist erstmal, wie mein Ordner heißt. Ja, das ist quasi, wo ich das Projekt ausgewählt habe. Da ist erstmal alles drin. Dann haben wir in diesem Ordner direkt eine Cargo.tommel. Cargo ist, wie gesagt, die Paketverwaltung. Das heißt, hier drin steht, was wir an Dependencies haben, wie unser Package heißt, welche Version wir haben. Das ist quasi unsere eigene und welche Editionen wir haben. Da könnt ihr einfach das eintragen, was für euch richtig ist. Cargo.log braucht uns nicht zu interessieren. Das ist einfach nur quasi eine automatisch generierte Log-Datei von Cargo. Ignore ist auch für Git. Und dann haben wir einmal den Source-Ordner und den Target-Ordner. Im Source-Ordner ist euer Source-Code drin, also euer Quellcode. In dem Fall die Main.rust. Ihr könnt hier mehrere Dateien drin haben, die können wir miteinander kombinieren und so weiter und so fort. Das ist wunderbar. Das ist aber auch so das ziemlich Standard-Layout für Code in Rust. Oder für Projekt in Rust. Wir haben hier eine Function-Main. Da sehen wir, allein Function-Main ist quasi mein Einspringpunkt. Da fängt das Programm an. Und hier drin haben wir dann ein Print-Hello-World. Was das alles genau bedeutet, muss euch noch gar nichts sagen. Wir gehen da alles miteinander durch. Im aktuellen Fall wollen wir einfach nur das Programm ausführen. Das ist unser ganzes Rust-Programm. Der Rest ist sozusagen drumherum. Wenn ich jetzt hier auf Run klicke, dann passiert was. Und zwar hier unten öffnet sich was. Dann heißt es nämlich erstmal, ey, ich kompiliere das Ganze jetzt. Also ich baue diese Anwendung. Aus meinem Code wird dann eine ausführbare Anwendung. Also cargo.exe wird ausgeführt mit dem Befehl run und anderen Sachen. Also in dem Fall noch Package-Source und Binary-Source. Und jetzt wird das ganze Ding ausgeführt. Das heißt, erstmal wird es kompiliert und dann wird es ausgeführt. Und das ist die eigentliche Ausgabe. Und danach steht Process finished. Sprich, es ist absichtlich okay zurückgelaufen oder zu Ende gelaufen. Wenn hier was anderes wie einsteht, dann ist es nicht okay zurück oder zu Ende gelaufen. Aber wichtig ist das hier. Das ist mein eigentliches Programm. Und das ist das, was ich hier ausgegeben habe. Das ist also so mein ganzes Ding, meine ganze Struktur zu all diesen schönen Sachen hier. So. Jetzt finden wir hier in Debug noch einiges mehr. Und zwar eine Source.exe. Diese Source.exe ist quasi die Datei, die wir aus unserem Code gebaut haben. Source.de muss uns nichts sagen. Cargo.log auch nicht. Incremental und die ganzen anderen Sachen hier auch nicht. Wobei Build vielleicht noch ein bisschen. Aber das brauchen wir alles eigentlich gerade nicht. Interessant ist nur die Source.exe. Und das ist jetzt wirklich eine ausführbare Datei, die wir anderen Menschen geben können. Jetzt, wenn ihr das hier ausführt, dann braucht ihr aktuell noch eine Kommandozeile dafür. Das Lustige ist ja, wenn wir diese Datei ausführen wollen, müssen wir eigentlich nur einen Doppelklick drauf machen. Aber dann verschwindet es halt sofort wieder, weil das Programm sofort fertig ist. Die hat auch nur 160 Kilobyte. Wenn wir sie also wirklich ausführen wollen, machen wir einen Großschreiben, Rechtsklick und dann ein PowerShell-Fenster hier öffnen. Beziehungsweise für Linux und Mac natürlich Terminal hier öffnen. Und sagen dann, ja gut, wir wollen hier jetzt .backslash src.exe ausführen. So, und dann steht hier Hello, World. Und das ist meine ausgeführte Datei. Das ist der Code, den ich hier drin hatte. Und er ist in der Executable-Datei ausgeführt worden. Cool. Und ja, das ist eigentlich schon so ziemlich alles. Wenn ihr irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, von Hand kompilieren wollt übrigens, dann könnt ihr euch einfach diese Zeile Code hier kopieren und in dem Ordner ausführen. Also es sähe dann so aus, kopieren. Und ich gehe in meinen SRC-Ordner, also hier, wo die Cargo.tommel ist, nicht in diesen SRC-Ordner. Das war vielleicht nicht so schlau, das so zu nennen. Sondern in den äußeren Ordner, wo alles drin ist mit der Cargo-Tommel, öffne ich hier meine PowerShell und kopiere mir das dann hier rein und führe das aus. Und dann sehen wir hier, finished, bla bla bla. Also ich habe es quasi kompiliert. Ich habe diese SRC.exe-Datei ausgeführt und erstellt erstmal, also aus meinem Code, diese Exe-Datei ausgebaut sozusagen und führe die dann natürlich auch aus. Und ja, dann wissen wir alles, was wir eben wollten. Und jetzt kann ich diese Target-Debug-Exe-Datei anderen Menschen geben und die können die ausführen bei sich und sind happy, weil sie richtig coolen Code von mir bekommen haben, der Hello World ausgibt. So, das ist so ein bisschen das Ökosystem drumherum. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal was weitergeben wollt, die SRC.exe-Datei, beziehungsweise bei euch wird die so heißen, wie eben euer Ordner heißt. Also im Zweifelsfall, wenn ihr das Ding hier Hallo, mein Rust-Programm 111337 oder so genannt habt, dann heißt halt eure SRC-Datei auch Hallo, mein Rust-Programm 111337.exe. Und ja, wie eure Main Rust-Datei heißt, ist völlig egal. Am Ende ist nur der Ordnername entscheidend. So, um diese Sachen brauchen wir uns aber eigentlich mit dieser IDE nicht kümmern. Selbst um die Cargo-Tommel brauchen wir uns erstmal nicht kümmern. Uns interessiert eigentlich nur diese Main-Punkt-Rust-Datei erstmal. Und jedes Mal, wenn wir hier auf Play klicken, dann wird das Ding für mich kompiliert und dann ausgeführt. Und daran bin ich interessiert. Das ist das, was ich eigentlich haben möchte. Gut, das soll es auch für dieses Mal schon gewesen sein. Ich hoffe, schon ist gut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei, habt das alles jetzt soweit hinbekommen. Ich hoffe auch, dass ich so ziemlich alles gecovert habe, was bei der Installation irgendwie schieflaufen kann und was euch den Einstieg hier erschweren könnte. Denn ja, es ist eigentlich kein großer Act, hier einzusteigen. Wichtig ist nur, dass wir es probieren. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ich weiß ganz genau, dass ihr auf dem Discord-Server Hilfe bekommt, dass ihr in den Kommentaren eventuell Hilfe bekommt, dass ihr überall sonst, wo ich unterwegs bin, Hilfe bekommt. Also schaut doch in die Beschreibung, da sind ein Haufen Links drin. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.